so und dann kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Anu irgendwas sorry ich bin grad so ein kleines bisschen Brain AFK aus dem vollen Grund ich hatte vorhin das Problem mit dem starten und ich hoffe eben das jetzt alles gut läuft so wie gesagt wir kommen wir jetzt zurück zu anderen gab es eine Zeit lang wieder nicht gab ja auch ein bisschen Problemchen was Aufnahme angeht und so was und deswegen ja wir machen erstmal die notwendigsten Sachen schnell mal kurz aufbauen Schaffarm bauen wir mal zwei können wir hinbauen und dann brauchen wir noch Holzfäller und Dings hier wie heißen die Farmen allgemein so warum hier die Holzfäller hin so dann haben die auch ein bisschen Party ja die ja ähm es kam mir seit lange wie gesagt nicht mehr und warum fange ich neu an als Bürger soweit ich weiß es gibt eben das Problem ich hab das letzte mal gespielt gehabt noch weiter gespielt gehabt und da war aber so scheiße gewesen und schon so runter gespielt dass ich keine Chance hatte irgendwie was zu machen das heißt auf gut Deutsch ähm die Map war verloren so sagen wir mal auf gut Deutsch ich hab versucht nochmal Geld einzunehmen hat aber nicht geholfen also wenn das mir hier noch äh äh selbst Nahrungsstand und Kleidungsstand so meine Mäuschen sind wieder aktiv alles fehlt mir das fehlt ein Holz okay gut aber ja wir haben ja zum Glück hier unser flotte befehlsbereit Kommandant unser Schiff hier was überhaupt keine Rohstoffe mit sich hat nö nö so dann können wir noch bisschen Häusel bauen wir müssen aber kleine Geberei und alles noch bauen die Geberei äh wo kommt die hin mal hier und die Beberei machen wir daneben hier die Beberei so das müsste erst mal gut sein ähm der Jäger soll mal Überfälle holen das würde uns glaube ich ein bisschen mehr was einbringen als wenn wir dann tausend von Essen haben ein zwei ein zwei ein wirtshaus kann gebaut werden super dann einmal gleich noch mehr ein kommen das ist das auf was ich eigentlich hinaus wollte eins zwei eins zwei so wir brauchen dringend Geld am Anfang also das ist mir schon aufgefallen das ist was wir als Geld teilweise brauchen so jetzt ist alles einbezogen leck mir auf das in haus sei jetzt mal ja jetzt jetzt ja gut das passt zwar jetzt nicht so wichtig ist nur dass wir irgendwann mal Plus einnehmen also im Moment machen wir noch gut Minus eine Kapelle kann gebaut werden ja ich glaube das wird dann langsam alles da muss ich mal ganz früh bleiben das wird schon glaube ich mal das so so nachdem wir jetzt erstmal kein holz im Moment haben das was erstmal abtransportieren muss werden muss ähm würde ich erstmal sagen noch ähm liebe Leute ihr dürft jetzt euch nicht weiterentwickeln ähm die Frage ist jetzt wo das war ja wieso sich nicht erstmal fortpflanzen sag ich jetzt mal ah ja 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 das könnte ein bisschen böse enden aber wir die hier oben brauchen nämlich noch ihre Stände so läuft's was haben wir hier Beschreibung und Beschreibung ok ich schau mal viel zu wenig Einzugsbereich wir können jetzt das nicht mehr bauen dafür haben wir zu wenig Holz so zweimal komplett nur auf Alkohol schließen weil Alkohol bringt uns ja so gut eigentlich was ein schau dass die Kirche uns nichts einbringt 150 minus wir bauen irgendwie nach und nach irgendeine Sache die man wirklich sehr gut verkaufen kann kauf dieses Tränen bleiben gegen die Pestilenz des Leibes alles klar tretet näher und riskiert einen Blick in meine Spiegel äh würde ich mal lieber nicht machen so ähm wir könnten uns noch ein Haus holen so denn desto mehr häusert desto besser die Schönheit ist kein Hexenwerk frage ich wo die anderen sind ja es liegt gerade beim Hintergrund rendere ich gerade noch das macht mir auch noch zu sehen und wir müssen hier extrem mehr auf das Geld achten wir haben zwar 400.000 Gülden äh noch ist die Betonung wir müssen uns so schnell wie möglich ausbauen und erweitern auch so dass wir mehr Geld einnehmen so kurz mal erweitern unser Einzugsbereich das ist natürlich schon eine größere Straße jetzt die man hier erstellen kann so wir werden nochmal hier so Schäfchen hinbauen und Holzfäller brauchen wir auch ein paar mehr da steht glaube ich jeder auf meiner Meinung ist jeder meiner Meinung nach so und hier machen wir noch einen hin und so hier oben werden wir auch mal das Einzugsgebiet erweitern hol an meine Taschen sind tief er sieht euch alle Waren nur gut hat den Grund dass wir dann weiter nach oben ausbauen können und so unsere Stadt erweitern können so Häuser so und ich würde mal sagen das war es mit diesem Part wenn ich der ganze Part gefallen ergibt dann auch noch unten schreibt mir in die Kommentare mehr davon sehen wollt oder auch nicht wir nennen das ganze LP 2.1 sprechen das ganze und dann bis zum nächsten Mal Spielstand gesichert das sagt euch Münzi Tschau 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 Bis zum nächsten Mal.